Ja, grüß dich, Burm. Heute geht es um Warniitis und das männliche Mutterbedürfnis, was wir uns mal genauer anschauen. Gerade auch, warum die Buckdacke und Nice Guys, auch die Beta-Babys natürlich, immer so der goldenen Vagene hinterherlaufen und sich selber dann heroisch aufopfern und warum sie so natürlich niemals an die Schneck kommen und gerade, wie man das dann auflösen kann. Was ja da auch immer wieder auch so interessant ist, ist dieser Blupil-Klassiker, ja, weißt du, echte Beziehung ist harte Arbeit, das halte ich eher für Schwachsinn, denn das ganze Thema Beziehung oder Frauen in dein Leben lassen sollte ja einen Mehrwert bieten und nicht eine weitere Stelle des Konflikts und der harten Arbeit. Und da sind dann meistens tiefere Themen, die wir uns jetzt mal annehmen. Und in diesem Zusammenhang habe ich euch da diese Liste mal mitgebracht, wo so die Klassiker sind, die wir da oftmals dann sehen. Und zwar, du bist ständig auf der Suche nach der einwahren Liebe, ja. Da ist ja oftmals dieses männliche Mutterbedürfnis oder auch die Warniitis zumindest mitbedingt davon. Und es ist nicht so, wie sie ja oftmals, ja, in Teilen der Red Pill meinen, ja, jeder Mann hat sowas biologisch Determiniertes, dass er so diese makellose, goldene Vagene gerne hätte. Ich glaube, es ist viel eher auch teilweise in der Kindheit mitbegründet zumindest, wenn vor allem viele Mütter da sind und den Sohnemann als Ersatzehemann nutzen. Auch parentifizieren, ja, der kleine Erwachsene, der dann für die Erwachsenenprobleme der Frau zuständig sind. Und das ist halt leider Gottes das, was wir da meistens sehen. Natürlich der emotional und physisch abwesende Vater ist da auch hier mit dem Finger zu ermahnen. Und das Problem auch dabei ist, dass die Kinder ja damit ihre Bedürfnisse nicht gedeckelt bekommen, wenn sie da dauernd hier das Geheule von der Mutter sich geben. Immer wenn du darüber nachdenkst, irgendwo hinzugehen, das ist dieser Klassiker, kommt die erste Frage in deinen Kopf, werde ich sie dort treffen? Ach, diese heilige, goldene Vagene, Prinzessin und so weiter. Und ich glaube, deswegen stößt dann häufig dann auch die Red Pill auf, diesen Nice Guys, weil dann, ja, dieses Idealbild zerstört wird, weil dann da gezeigt wird, okay, Frauen sind ja auch bloß Menschen, oh im Himmel, wenn du das ja Frauen hast, na, das kann ja nicht stimmen, wie wir später auch nochmal sehen. Du hast Schwierigkeiten dabei, eine tiefe und intime Beziehung mit einer gesunden, verfügbaren Frau aufzubauen. Und das war halt auch immer so ein Punkt, der mich damals immer so gemobbt hat. Da habe ich dann den Leuten erzählt, ja, hey, macht's ja das und das Verhalten in der Beziehung. Aber sie sind immer wieder in diese alten Muster reingerutscht, obwohl ich denen das ja erklärt habe und dachte, jetzt wissen es ja, wie es geht. Aber das sind halt in diesem Fall tiefergreifende Dynamiken und Wünsche zur Bedürfniserfüllung, die aber auf diese Art und Weise nicht funktionieren. Weil sie versuchen ja in ihrem inneren Beta-Baby immer noch die Kindheitsbedürfnisse von der Frau jetzt zu bekommen. Idealerweise bekommen sie das, wie gesagt, von den eigenen Eltern, von der eigenen Mama, aber da klappt das halt nicht. Und deswegen suchen sie sich dann häufiger zumindest eine Beziehung, wo sie sich selber sabotieren können, wo die Frau dann nicht verfügbar ist. Ah, die hat einen Freund und lauter solche krummen Dinge und da dann die ganze Zeit hinterher dackeln. Was wir auch immer wieder sehen, ne? Emotional aggressive Frauen oder teilweise dann auch ersticken, die Co-Abhängigen, die dann dauernd an der Arschbacke kleben. Du bist stets bemüht, deiner Mutter in allen Lebenslagen zu helfen, egal ob es deine Lebensgestaltung massiv einschränkt und oder deine verstrickte Beziehung zu deiner Mutter steht im direkten Wettbewerb zu deiner Beziehung zu deinen Weibern. Und das ist mir damals auch beim Esmond Gold aufgefallen, wenn ihr das beobachtet habt, wie der sich da um diese Mutter übermäßig kümmert, dass er sein ganzes Leben stehen und liegen lässt. Auch wieder in der Hoffnung, dass sie ihn endlich mal sieht und sagt, oh ja. Aber das Kernproblem, was er und viele andere von den Buckdackeln hier haben, ist, dass du, selbst wenn die Mutter jetzt plötzlich bedingungslos toll ist, der innere Beta-Buckdackel ja nur durch die eigene Arbeit hier diese Fürsorge bekommen kann und nachreifen kann. Oder eben auch mit der Hilfe von anderen Männern, die dann bei der Individuation-Abkapselung helfen, aus der monogamen Beziehung mit der Mama, ne? Weil sonst immer hier wieder diese dysfunktionalen Beziehungsdynamiken. Weil ansonsten jagen sie die goldene Vagine noch mit 50 aufwärts hinterher. Du neigst zu Suchtverhalten bei Proms, die Dirnen, das ist ja auch ein verbotenes Wort, oder anderen Formen von lieblosen Bunkern, ne? Klar, Rotationssystem kann man aufbauen, um sich hier zu üben, um erstmal einen Geschmack dafür zu bekommen, was man möchte. Aber es kann auch überschwenken, dass es auch Suchtverhalten zeigt. Gerade wenn man hier nicht auf beiden Ebenen agieren kann. Langzeitbeziehung und natürlich hier der kurzfristige Spaß. Und das ist halt auch so ein Riesenthema, der Punkt, ne? Du erwartest bedingungslose und kompromisslose Liebe von Frauen in diesem Gottideal Alles-oder-Nichts-Denken. Sie muss tausend Prozent am ersten Date exklusiv in Dich verguckt sein. Ja, oh, wenn sie das nicht ist, dann, oh, Müllweib, dann ist ja keine Qualitätsfrau. Und am besten die unbefleckte Jungfrau Maria. Und ich glaube, wie vorhin gesagt, dass die Red Pill gerade auch hier diese massive Wut miterzeugt, weil es ja diese Menschlichkeit aufzeigt, dass Frauen halt übergaben sind, ihre eigene Sexualstrategie, das Programm fahren und tendenziell den größeren, besseren Deal suchen. In der Kurzfristigkeit, in der Langfristigkeit. Und das ja schon implizit diese bedingte Liebe massiv unterstreicht. Und daher kommt auch die Wut, glaube ich zumindest teilweise, weil das innere Beta-Baby halt hier, Beta-Baby, dann das checkt und deswegen so sauer allgemein auch auf Frauen werden kann, weil sie ja auch von Grund auf belogen wurden, das muss man auch sagen, weil Frauen dann doch nicht diese makellosen, wundervollen, regenbogenfurzenden Einhörner sind, ja, und im Alles-oder-Nichts-Denken, was dann häufiger damit einherkommt, sind sie dann natürlich, oh, blöde, ja, aber so funktioniert das ja nicht. Und deswegen ist es ja wichtig, das von Anfang zu wissen, dass man hier viel besser dann auch agieren kann und die Arbeit an einem selber macht, um dann nicht dauernd dieser externen, esoterischen Kraft, Frau, mach mich doch ganz hinterher zu jagen. Denn nur noch mal ein kleiner Nebencheck für Qualitätsfrauen. Man hat ja in den USA kürzlich erst analysiert, wie viele Leute schon in einer monogamen Beziehung einmal fremdgegangen sind. Und da haben eben angegeben, mehr als die Hälfte wurden von dem anderen Partner oder der Partnerin betrogen. Und das sind ja Risiken, ja, und da kannst du ja nicht sagen, ach, das waren alles keine Qualitätsfrauen, oh, die haben alle ihre Attachment-Wounds, wie es ja heißt, nicht aufgearbeitet, ja. Selbst eine Frau mit hohem Impulskontrollwert, etwas niedrigerer Hypergamie, Hypergamie ausreichend schöner Kindheit und so weiter, kann, wenn es hart auf hart kommt, schwach werden. Gerade auch, wenn der Mann mal längere Zeiten hat, wo er schwach wird. Ja, gerade in der heutigen Zeit, da hast du ja noch die Metaebene. Also ist es eher besser, wenn man damit rechnet und dann lernt, erwachsen als ein emotional reifer Mann, damit umzugehen, anstatt dann, oh, jetzt, oh, Regenbogenfurz ins Einhorn gibt es ja doch nicht. Ja, ja, Gott, na, ne, das ist dann eben auch dieser Aspekt dabei, wo ich ja immer schmunzeln muss, wenn da die Blutpiller kommen und sagen so, oh, ja, ja, das war keine Qualitätsfrau oder, oh, der war nicht manns genug, ja, genau. Hold on, I'm coping home. Auch ein essentieller Aspekt, du bist ein braver Junge und stolz auf Qualitäten wie Sauberkeit, Hingabe und sich selbst aufopfern, ne, dieses Märtyrertum, immer das Gleiche, wenn man hier, vor einiger Zeit, habe ich da ja auch mal ein Video gemacht, ne, dieser Schamkörper oder diese Schamidentität oder wie ich das hier symbolisch als Herz dargestellt habe. Das ist ja, was da so stark das ganze Thema Buckdackel so antreibt. Ja, und Männlichkeit böse, bevor jetzt natürlich nochmal, dass sie Angst haben, jemand findet raus, wie sie wirklich sind, schlecht und nicht in Ordnung. Und gerade wenn sie dann ein sexuelles, fleischlüsternes Säugetier sind als Mann, dann, oh, dann wird der Schamkörper gereizt, dann attackiert ja der Schamkörper, wie man auch jetzt hier, wie heißt dieser alte Knacker, dieser Lichtball, Baumschmuser, Eckart Tolle, der sagt ja immer Schmerzkörper und das hier übertragen auf dieses Thema trifft es ja auch ziemlich gut. Weil normalerweise hat Scham diese regulative Funktion, ne, wenn du in der Öffentlichkeit bist, hängst nicht dein Dödel raus und seusch auf Straße. Da steuert eben dieser Schamkitzler, oh ja, vielleicht doch nicht so gut. Aber wenn das dann zu einer großen Identität schon wird, ja, dass man schlecht ist und nicht in Ordnung, dann ist es eben dieses große Problem, dass sich viele Buckdackel, weil sie ja eben diesen Schulzschnuller im Arsch haben, dann nicht sich sicher und akzeptabel anfühlen. Gerade wenn sie auch hier ihre Wünsche haben. Aber zeitgleich dann halt auch dieses falsche Paradigma, wenn ich nur nett genug bin, mich aufopfere, hier die Frauenrette, Buckdackel und so weiter, wir kennen es alle, ne, von diesen ganzen Themen, die wir hier immer wieder besprechen. Dann werde ich endlich hier gesehen, dann werde ich geliebt, dann werden meine Bedürfnisse erfüllt, ja. Aber so funktioniert es halt leider nicht. Das ist eben dieses innere Beta-Baby, Beta-Baby, was das fälschlicherweise glaubt. Und das ist viel hilfreicher, in den Dialog zu gehen oder auch die Verhaltensweisen zu modellieren. Denn ansonsten kommt ja das Thema auf. Manchmal könntest du versuchen, seine schlechte Dinge, in Anführungszeichen, schlecht zu tun, aber gibst diesen Versuchungen nicht nach, weil du möchtest ja kein Bad Boy sein, so ein Arsch, oder ich möchte ja nicht wie mein bösartiger Vater sein, ne, auch wieder in diesem Schwarz-Weiß-Denken. Warum ist er denn überhaupt dein Vater geworden? Hier mal kleiner Anreiz zum Nachdenken, ja, weil Frauen natürlich diesen bösen Jungen sehr, sehr interessant und attraktiv finden. Und wie häufig auch gesagt, man muss kein narzisstischer Arsch werden, aber trotzdem kann man hier ein bisschen die Salzkörner und das Positive rausnehmen. Weil ansonsten lerne ich halt immer, in der Freundschaftszone heißt, emotionales Tampon, braucht sich kein Mann dann auch wundern, ne. Und dann natürlich auch noch stolz sein, oh, wie, wie das interessiert er doch am Fleisch ist. Oder halt auch die Möglichkeiten nach Zustimmung. Und das ist ja auch das, die haben ja meistens keine mentalen Grenzen und sind wie so ein Schwamm und saugen dann alles auf, was man ihnen sagt, ne. Keine Mut, auch selber zu denken. Und deswegen sind sie ja diese formlosen Wesen und daher auch uninteressant für Frauen, weil Frauen wollen ja zu dem Mann aufschauen und das schaffst du halt viel eher, wenn du kernig bist, Kanten hast, polarisierst teilweise, im Vergleich zu so einem 0815, im Vergleich zu einem 0815 Hans Wurst zu sein. Der sich dann hier mit den ganz vielen weiblichen Freundinnen brüstet, obwohl er teilweise dann auch romantische Interessen hat, aber das halt aufgrund der weiblichen Hübergamie halt nie aufgeht. Und das ist halt wichtig, dass man hier das erkennt und sich dafür sensibilisiert als ohne Isis geplagter Buckdackel. Ich komme auch zu den Lösungsschritten, um keinen Buckdackel und vor allem die Mama endlich loszulassen. You're 30 years old, why are you living with your mother? Schritt 1, schau dir die Liste oben an. Prüfe, wie viele diese Eigenschaften auf dich zutreffen oder gegebenenfalls weitere hinzufügen. Und das ist der wichtigste Schritt oftmals oder zumindest schon mal 50 Prozent, wenn es um die Selbstreflexion und die Achtsamkeit diesbezüglich geht. Weil die Leute, die das nicht checken, dass da ein Problem ist, die machen halt einfach weiter und dürsten der goldenen Vagene hinterher. Und das gibt ja letzten Endes auch wieder diesen Damen der Schöpfung so viel Kraft, ungeachtet dessen, wie schlecht sie sich emotional unreif auch in diesem Rahmen verhalten und auch verhalten können. Da gehören ja immer zwei dazu. Die ganzen Sims ermöglichen das alles, wie wir oftmals mitbekommen. Wähle eine Sache von der Liste aus und mache in den nächsten 30 Tagen das genaue Gegenteil. Mache keine Frauen glücklich, ja, keine Frauen retten. Verbringe keine Zeit mit platonischen Freundinnen. Kein emotionales Tampon sein. Suche nicht nach der einen wahren Liebe. Kümmere dich um dich selbst. Auch diese ganzen Freizeitgestaltungen. Vielmehr um das Thema Selbstfürsorge, auch wenn es vielleicht ein bisschen weibisch ist. Natürlich nicht in dem Sinne, wie es der Ryan Long letztens beleutet hat, gerne hier oben. Sondern in einer produktiven, analogen Auseinandersetzung im Selbstdialog mit Papier und Stift oder halt auch beobachten, was das mit dir dann macht, wenn du so ein heftiger Buckdackel noch bist oder auch Teile davon noch da sind. Gerade wenn eine One-Eat-Hits am Start ist. Und das ist halt auch wichtig dabei. 30 Tage sind eine lange Zeit. Deshalb könnte diese Übung manchmal schwer zu schaffen sein. Und da ist es auch wichtig, mehr richtig als falsch zu machen, im Vergleich zu diesen Alles-oder-nichts-Denken, wie wir es oftmals auch bei den Leuten sehen, die dann ihre Diäten 5 Tage machen und dann einmal einen Fehltritt haben. Oh ja, mei, jetzt war alles umsonst. Kann man natürlich auch in solchen Fällen, auch wenn es 2 Tage sind, 3 Tage, wieder eine Kurskorrektur machen und dann weiterhin beobachten und schauen, was passiert. Im Vergleich, dass man sich dann einfach resignativ in alte Muster zurückfallen lässt und dann gleich wieder seine Unifans-Punzen durchzahlt. Und das ist dann auf der Schritt 3. Vermeide es dich um jemand anderen als dich selbst oder hier für die Buckdackel mit Kindern und kleine abhängige Kinder. Um die natürlich schon kümmern, aber eben nicht diese Retter. Die Mama retten, die ist groß und erwachsen, die kann das schon selber und alleine. Notfalls ist es ihre Verantwortung, da Hilfe für sich selber zu suchen, wenn es jetzt um ein Thema Betreuung geht. Natürlich kann man dann mithelfen, aber trotzdem, Eltern gebären keine Schuldner, die dann im Alter die Leute als Mumie ins Grab pflegen müssen. Ganz essentiell. Da gibt es keine Erbschuld. Wann immer du den Drang verspürst, etwas ungefragt für eine Frau zu tun, ja, männliche Feministseien, sich für Frauen einsetzen, weil sie können es ja irgendwie nicht selber, sie sind ja irgendwie schon fast in diesem wohlmeinenden Sexismus, wie wir es oftmals aus der Seite hören, zumindest implizit, geistig, ein bisschen benachteiligt. Das ist natürlich internalisiert vom bösen Patriarchat. Die haben das natürlich wieder gemacht. Nee, nee, eigenverantwortlich, Gleichberechtigung, auch die gleiche Eigenverantwortung, ganz wichtig. Dreh dich einfach in die andere Richtung. Schau, ob sie merkt, dass du nichts für sie tust, gerade wenn man hier in so einem Buckdackelverhältnis ist. Ja, diesmal vielleicht auch nicht zustimmen, ja, dass der Karl Donnerlörres hier seinen Spaß hat, sondern da auch mal ja, dass sie selber sagen, nein zu diesen ganzen offenen Kuckuldigen. Schau dir an, wie du mit Frauen umgehst. Frage dich, ob du dich so verhältst, weil du etwas wirklich willst oder weil du denkst, dass sie es von dir will. Auch dieses Gedankenlesen, dieses Pseudomäßige. Ja, also wenn ich jetzt das nicht mache, oh mei, dann will sie nichts mehr mit mir zu tun haben. Und selbst wenn das so eine Frau ist, die so emotional kleinkindlich unterwegs ist, dann kannst du froh sein, dass du so eine Person nicht in deinem Leben willkommen heißt. Mach eine Woche lang etwas an, schau, ob sich etwas verändert. Frage dich, ist es besser oder schlechter geworden. Weil meistens passieren ja diese Katastrophen, nicht die sich ja dann hier, oh mei, wenn ich jetzt nicht mehr rette, oh dann geht Welt unter. Wenn du keine Frauen hast, übe das für Dates oder andere soziale Kontakte. Auch vor allem die emotionalen Tampon-Sternchen innen. Weil das ist ja dann genau das, wo sie dann immer anhören, oh weißt der Karl, oh mei, was hat er wieder rumgrödelt und dann hat er sich nicht mehr gemeldet. Oh du arme Arme, du kannst ja immer bloß leid tun. Jetzt musst du es bloß um fünf Jahre machen, damit ich auch mal entschneckt darf. In der Hoffnung, dass die Zehnerstempelkarte voll ist. Aber das klappt dann meistens natürlich nicht. Oder zumindest die investierte Zeit ist niemals das Ergebnis dann wert. Versuche nicht, eine Frau zu beeindrucken. Versuche nicht, ihr zu zeigen, was für ein toller Typ du bist oder zu beweisen, wie liebenswert du bist. Ja, das ist ja dann oftmals diese ganzen Verhaltensweisen, was wir ja vorhin gesehen haben, kommen ja meistens immer daher aus diesem leistungsorientierten, bedingten Liebeverhältnis. Wenn vor allem die Eltern nicht das eigene Kind als ein sehr wichtiges Element ihres Lebens im Vergleich zu dem Haustier, was wir da oftmals sehen, betrachten, dann erzeugt sich so eine Dysfunktion. Und die Eltern müssen nicht mal zwangsläufig böswillig sein oder toxisch-feministisch, die dann ihr Kind mit dem ersten Lebensjahr schon in die Kita abschieben. Trotzdem sind es dann halt solche Teilbedingungen, die dann letzten Endes zu sowas dann auch führen. In Verbindung natürlich mit dem gesellschaftlichen Narrativ noch dazu, Männer, Böse, Erbsünde, Schuldschnuller und was weiß ich, weil sie als Männer geboren worden sind und natürlich hier die Sünde der Patriarchen in ihrem Blut tragen. Auch bei Dates, ganz wichtig, versuche nicht, ihr zu zeigen, was für ein toller Typ du bist, dass sie sich dann immer versuchen, zu qualifizieren und ich habe doch mal was von diesem DHV-Cut oder so. Vielleicht gibt es damit jetzt endlich mal Sex. Klart einfach nicht, weil der Mann eben sich überstellen muss. Ja, leider weibliche Selektion. Wir kennen das Drama, auch wenn wir es natürlich nicht wollen. Trotzdem, Frau schaut natürlich da unten nach oben. Auch für die nicht alle Polizei. Klar gibt es 0,1%. Es gibt auch Leute mit elf Fingern. Trotzdem heißt es ja nichts für uns in der Regel. Männer denken hier in heuristischen Wahrscheinlichkeiten, Frauen denken in Möglichkeiten. Ja, aber 0,1% und so weiter. Wer kennt es nicht? Da gilt es eben, sich zurückzulehnen, sich mental hier selber auch hochzuschätzen und sich nicht zu beteiligen, nicht den Bugdackel. Ja, oh toll, ich bin ja männlicher Feminist, weißt du, auch wieder Payback-Punkte sammeln im Sinne von, vielleicht gibt es was. Wenn du sie dann ansiehst, denke daran, dass diese Frau auch auf lange Sicht nichts daran erinnern kann, wie du dich selbst fühlst. Da ist dann oftmals, oh, vielleicht ist das jetzt endlich meine Ersatzmama, die, wie vorhin gesehen, bedingungslose Liebe, makellos, unbefleckt ist, ihn hundertprozentig scharf findet und sie darf auf ja keine anderen Dates auch haben und auch ja, nicht über gar mit Zweifel und so weiter, weil wenn das einmal da ist, ah, dann ist es gar nicht wert. Oder auch bei Beziehungen, auch eine 5-10 Jahre lange Beziehung kann ja schon eine gute sein oder eine dreijährige Beziehung im Vergleich, dass man sagt, ja, okay, die Beziehung war jetzt nicht bis zum Ende des Lebens, scheiß auf komplett alles, Beziehungen, keine Frauen, ist ja auch wieder dieses alles oder nichts Ding und da gilt es halt selber auch eine Nuance zu kultivieren, dass man nicht mehr in diesem, entweder ist es die heilige, goldene Evagene, oh, bis das der Tod entscheidet oder ich schaue jetzt bloß noch auf Bresos Premium. Das ist halt dann letzten Endes das, was da auch wichtig ist. Und halt immer fragen, ist sie es wirklich wert? Was bringt sie an den Tisch, was sie vielleicht anderen Männern noch nicht schon von sich aus gratis gegeben hat? Ist sie auch hier kooperationsfähig oder ist sie mehr oder weniger nur was für eine oder zwei Nächte, kurzfristige ambulante Aufnahmen, auch hier kann sowas natürlich eingeübt und studiert werden. Und damit kommen wir doch mal zum Ende. Und ich hoffe natürlich wie immer, dass ich euch diesen köstlichsten Hass näher bringen konnte. Und wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns. Pfiat's euch!